Ich glaube, wir treffen uns, mein Freund. Ich glaube, hier sehen wir uns. Das kann wohl sein, oder? Das kann wohl sein, oder? Ich selber erst mal treten. Das bin ich ganz sicher. Äh, ja. Ja, natürlich. Das ist ein 2-Games. Der gibt's doch mal hier. 1, 2, 3, Wissen Sie? Ja, wir treffen jetzt. Also das ist noch eine Woche. Also, Dedo muss ich annehmen. Dedo. Ja. Ich habe wahrscheinlich auch. Ja, ja. Richtig krank. Ich dachte, auch nicht. Ja, ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr. Ich war mir heute heighten. Daw Truck bzw. mit Dien? Das ist Geschichte. Sid Neu. Respostiere. wisely. Vielen Dank tamten. Dass wir hier auch die balls mentionieren. Das ist je. Wir müssen besser nichts machen. Natürlich. So haben wir jetzt drin. tuber provincial Versuch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What the fuck? Okay. Okay, ich habe allerdings, das ist hier auf Rentals. Also ich habe es hier schon umgestellt. Hast du auf Update gedrückt? Ja, ja. Aber das ist hier auf Rentals. Also das ist ja... Was ist ein Two-Shot? Das ist alles nicht. Ist das eine Transition? Ja, das ist ja alles. Ja, ich meine, es müsste eigentlich ein Overlay geben, aber... Das Overlay wird doch wahrscheinlich das einfach noch den Score einsteigen. Nee, das hier ist... Vielleicht muss es einfach was bei Round-Time geben und dann geht es auch zu franzig. Ja, da geht es jetzt natürlich nicht. Ach ja. Ach guck mal. Ach guck mal. Ach hallo. Ich habe jetzt hier vorgelegt. Was für Technologie. Ach das ist ein Hinterfaser oder was? Ja. Oh. Da gibt es auch die 1-3-mal. Hast du schon ein Ergebnis? Ja, ja. Bruh. Das ist der erste Spiel aus der Posten. 2-0. 2-0. Das habe ich gewonnen. Ist ja nicht schlecht. Ja, ja. Da musst du gegen Uwes oder Banane. Äh. Echt? Da waren alle hier Baumbolle. Alex. Jesse, ja. Jetzt fangen wir jetzt an. Wo sind wir denn? Ja. Ja. Ich bin schon wieder gegen euch. Ich hätte gedacht, ich bin noch nicht gegen Uwes heute. Aber er... Jesse. 2-0. Da muss ich gegen Jesse. 4-0. Weil Bennu Sektorich spielt. Ach so. Ok. Boah, das leckt nicht. Ja. Sick. Oh na. Pösser oder Banboe? Ja. 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 Vielen Dank. Einfach so in die Linie.